Mehr als 14 Monate Krieg in der Ukraine und auch heute wollen wir uns die militärische Situation im Land ansehen. Und wir wollen anfangen mit ganz neuen Aufnahmen aus Uman, einer Stadt im Zentrum der Ukraine. Dort haben heute Nacht russische Raketen ein weiteres Massaker unter der Zivilbevölkerung angerichtet. In diesem Hochhaus, in diesem Wohnblock hier, ist eine von 23 Marschflugkörpern eingeschlagen, die Russland abgeschossen hat auf die Ukraine heute Nacht. Allein hier sollen 10 Menschen gestorben sein und 13 verletzt worden sein. In der Stadt Dnipro gab es zwei weitere Tote, darunter ein zweijähriges Kind und auch hier wurden weitere Menschen verletzt. Die gute Nachricht, muss man sagen, bei diesen schlimmen Bildern, von denen insgesamt 23 Marschflugkörpern hier abgefeuert wurden, wurden wohl 22 angeblich, das ist eine sehr hohe Zahl, wenn das stimmt, abgefangen von der ukrainischen Luftwaffe und von der Flugverteidigung. Wir wissen, dass das Patriotsystem aus Deutschland mittlerweile im Einsatz ist, aber auch ein IRST-System ebenfalls aus Deutschland und dass weitere Systeme geliefert werden. Insofern, ja, wir sehen, was ein einziger Marschflugkörper hier angerichtet hat. Wenn, ja, 10, 20 Marschflugkörper eingeschlagen wären, wäre es dementsprechend natürlich noch viel verheerender ausgegangen. Trotzdem, der russische Terror geht weiter eben auch gegen die zivile Bevölkerung der Ukraine. Wir wollen uns ansehen, Aufnahmen ebenfalls von heute, die heute Morgen veröffentlicht wurden. Und diese Aufnahmen sind tatsächlich spektakulär, denn sie zeigen erstmals den Angriff einer russischen Kamikaze-Drohne auf einen deutschen Flagpanzer, auf einen deutschen Flagpanzer vom Typ Geppert. Die Russen haben gestern bereits gesagt, ja, wir haben einen ersten Geppert zerstört und wir haben auch Beweise dafür, ein Video. Dieses Video kam heute Morgen raus. Und, ja, es, man muss sagen, es herrscht so ein bisschen Gelächter in der Fachcommunity, weil nämlich eine Zerstörung ist das hier beileibe überhaupt nicht. Der Flagpanzer Geppert hat diese russische Drohne vom Typ Lancet einfach, wenn man so möchte, an sich abprallen lassen. Wir sehen also, wie der Flagpanzer hier erstmal überwacht wurde. Der war nicht aktiv. Das heißt, wir haben verschiedene Radarsysteme dort, die gerade nicht aktiv sind. Auch die Kanone ist nicht aktiv. Und die Drohne ist tatsächlich genau auf ihn zugeflogen, genau eingeschlagen. Und wir sehen das hier nochmal von ganz nahem. Ist also dann hier zwischen dem Folgeradar, was hier vorne eingeklappt ist, und einer der beiden Zwillingskanonen hier eingeschlagen. Und hat, ist aber komplett am Panzerstahl des deutschen Produktes gescheitert. Das heißt, während sonst, wir sehen das uns gleich mal an, während sonst eben danach oft viel Feuer sind und viele Explosionen sind, nachdem der Lancet eingeschlagen hat, sehen wir hier nur noch fünf Sekunden, dann ist es sogar dem russischen Drohnenpiloten, der das Ganze überwacht, wahrscheinlich ein bisschen unangenehm. Und der hört auf, das Ganze zu filmen, weil wir eben keinen sichtbaren Schaden haben. Das heißt nicht, dass da nicht irgendwo doch Schaden da sind oder Schaden existiert. Aber es hat hier offenbar keine materiellen Schäden gegeben. Der Gepard ist weiter einsetzbar und auch die Besatzung ist weiter einsetzbar. Wie viel schlimmer das laufen kann, sehen wir hier auch ebenfalls, auf neuen Bildern der russischen Armee, das hier ein S-300 Flugabwehrsystem der Ukraine. Und auch hier schlägt eine Lancet ein. Also eine Lancet, die wir gerade eben gesehen haben, gleiches Kaliber, gleiche Drohne, das modernste, was Russland aufzubieten hat. Und so schlimm kann es aussehen, wenn diese Lancet nämlich jetzt hier trifft. Wir sehen es jetzt hier von der Seite. Große Explosionen, großes Feuer. Dieses Flugabwehrsystem vom Typ S-300 ist überhaupt nicht mehr einsetzbar. Auch das daneben höchstwahrscheinlich schwer beschädigt durch die Munitionsexplosion. Diese Durchstaffskraft hat also die Lancet, wenn sie auf normale, sage ich mal, sowjetische, und auch diese S-300 ist eine sowjetische, Waffen trifft. Der Gepard, glücklicherweise, wenn auch bereits 30 Jahre alt und nicht mehr im Dienst der Bundeswehr, ist da wesentlich stärker. Und der Panzerstahl des Gepards hat diese Lancet hier nicht durchdrehen lassen. Und insofern ist es also nicht zur Katastrophe gekommen, was das angeht. Wir wollen uns weiter ansehen, jetzt Aufnahmen der Ukraine, wie sie nämlich die, ja, etwas Invasion gesagt, die Offensive, die große Offensive, die Gegenoffensive zur Befreiung des Südens ihres Landes vorbereitet. Und wir haben immer mehr Bilder, die darauf hindeuten, dass tatsächlich diese Offensive sich entlang des Denebro, also des Denebro, des Flusses dort, erstrecken wird. Und wir haben hier neue Aufnahmen von einem ganz neuen Waffensystem, von dem man auch noch nicht wusste, dass die Ukraine das hat. Das heißt APKWS, das ist ein fortschrittliches Präzisionswaffensystem, so heißt das. Und dieses fortschrittliche Präzisionswaffensystem wird also von einem Fahrzeug gestartet, wahrscheinlich von einem Oshkosh, so heißt der hier, wird von dem gestartet. Und dann gibt es eine Drohne, die ein Laser auf ein Haus hält, auf eine russische Position hält, hier am anderen Ufer des Denebro. Und genau dort steckt dann die Rakete ein. Das heißt, wir haben hier einmal den Raketenabstoß. Jetzt filmt die Drohne eben etwas ganz genau. Wir können es doch mal ganz genau angucken, denn das am Ende ist tatsächlich nur ein, ja, ein Pfahl, auf dem in Kamera oder auf dem ein einzelner Soldat sitzt. Wir haben es hier, können es mal kurz markieren. Hier also, da oben, diese Überwachungskamera wahrscheinlich der Russen. Und wir sehen, wie präzisionsgenau, also auf dem Meter genau dort die amerikanische Rakete einschlägt, die eben abgeschossen wurde. Das Ganze, wie gesagt, ein Präzisionssystem, was aber eben uns vor allem Aufschluss darüber gibt, wo denn diese Offensive stattfinden könnte und wahrscheinlich auch wird, zumindest ein Teil der Großoffensive, nämlich die Bilder, die wir gerade gesehen haben, stammen aus dieser Region hier. Also auch aus einer der Regionen, die eben von diesen 300 Kilometern, von diesen 300 Kilometern, wo der Dnipro eben die Fronten, die Front bildet zwischen den beiden verfeindeten Parteien, nämlich einmal den rechtmäßigen Eigentümern der Ukraine, der ukrainischen Armee und den Invasoren der Russen, die hier in Rot markiert sind. Das ist also die Situation dort. Auch im Osten des Landes, das weiß ich nicht ganz klar, gibt es weitere Anzeichen für eine ukrainische Großoffensive, nämlich hier haben wir T-64, sowjetischer und ukrainischer Bauart, die also offenbar jetzt auch in großen Gruppen, wir wissen, dass eben neun neue Panzerbrigaden gebildet wurden der ukrainischen Armee, einige davon mit Leopard 2 und mit Challenger 2 und mit anderen westlichen Panzern, einige da aber auch von mit sowjetischen und ukrainischen Panzern. Und wir sehen, dass auch diese Panzerbrigaden sich jetzt immer mehr Richtung Front bewegen, das heißt, es ist noch eine Frage von Wochen, ehe wir hier eine ukrainische Großoffensive sehen. Als allerletztes wollen wir uns die Situation in Bachmut ansehen. Und in Bachmut ist es tatsächlich so, dass die Kämpfe, ja man muss es leider so sagen, wohl langsam zu einem Ende kommen. Sie sind weiterhin brutal, sie sind extrem, aber sie beschränken sich auf die letzten etwa 10, 12 Prozent der Stadt, die noch unter ukrainischer Kontrolle sind. Und wir sehen hier jetzt die Hochhausgegenden im Westen der Stadt, im äußersten Westen der Stadt. Eine ukrainische Drohne filmt hier, wie Wagner-Söldner dort versuchen vorzudringen. Die Ukraine filmt natürlich dementsprechend meistens, wie die Wagner-Söldner dort nicht erfolgreich vordringen, sondern eben bei ihrem Vormarsch gestoppt werden. Wir sehen jetzt hier, wie einer seine, was wir nicht im Foto sehen, ist hinter dem Trümmern des Hauses versteckt, wie seine Kameraden, die wohl niedergeschossen wurden, dort evakuieren möchte. Das gelingt ihm aber nicht und er rennt dann wieder weg von den Wagner-Söldnern. Das ist aber natürlich nur ein Teilausschnitt der Realität. Wenn wir uns russisches Material ansehen, dann sehen wir immer mehr, dass dort eben tatsächlich Boden gewonnen wird. Und wir sollen uns das Ganze noch einmal auf der Karte ansehen und sehen, wie dort die Situation tatsächlich im Bachmut aussieht. Und das ist die Stadt, wie wir sie kennen von ihren Abgrenzungen her. Und wir haben wirklich nur noch dieses kleine Gebiet hier im äußersten Westen der Stadt, was noch unter ukrainischer Kontrolle ist. Auch die Karte ist jetzt einen Tag alt, das geht relativ schnell. Die Russen dringen dort aktuell teilweise um 200 bis 500 Meter pro Tag vor. Und wenn wir uns das ansehen, das hier sind etwa ein Kilometer innerhalb der Stadt. Das heißt, es kann jetzt jederzeit vorbei sein in Bachmut. Seit September wird ja um die Stadt gekämpft. Und die Ukrainer sagen, ja, das ist vollkommen richtig, dass wir dort lange gekämpft haben und dass wir diese Stadt bis zum letzten Moment gehalten haben. Denn dort sollten die Russen gebunden werden. Dort sollten vor allem diese 40.000, 50.000 Wagner-Söldner gebunden werden. Dass die eben in Bachmut weiter beschäftigt sind und sich nicht auf die ganze Front verteilen können und nicht eben die ukrainischen Vorbereitungen zur Großoffensive, zur Befreiung des gesamten Ostens und großer Teile des Südens eben stören können. Insofern sagen natürlich die Russen, wir haben es endlich geschafft, Bachmut zu erobern. Nach fast acht Monaten Kampf, die Ukrainer sagen, Bachmut musste acht Monate halten, damit wir eben in Ruhe die Befreiung unserer großen Landesteile jetzt durchführen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017